Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich wohne in einem Eckhaus und auf der anderen Straßenseite, wenn ich aus meinem Fenster gucke, ist das Haus, in dem sie gelebt hat. Hallo? Hallo, Lore. Hallo, Kim. Durch dich? Ja. Hätten sie dich nicht versteckt, dann wärst du auch noch deportiert worden. Es geht auch nicht um Schuld, Lore. Es geht nur einfach darum, dass die Dinge so waren, wie sie waren. Und dann hat sie selber nichts mit ihr getrunken. Und gegessen. Mutter eher überfürsorglich denkt und entscheidet und empfiehlt für ihren Sohn mit. Gutei, Garten. Guck. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in diese Akten gucke und etwas lese. Das tut weh, das weiß ich. Aber alles andere ist ein dauernder Fluchtversuch. Every time I look at you, it just helps me to understand everything that you went through as a child. Untertitelung des ZDF, 2020